Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Rinderzunge in Madeira-Soße. Die Rinderzunge in Madeira-Soße ist ein klassisches belgisches Gericht, begleitet von Kartoffelkroketten. Da die Rinderzunge R.E.L. groß ist, ca. 1-2 kg, ist das Rezept für 4-6 Personen ausgelegt. Hat man weniger Personen zu Tisch, ist das Gericht auch gut portionsweise einzufrieren. Für 4-6 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Sieb, Schneebesen, Schüsseln. Zubereitung Die Zunge abwaschen und putzen. Eine Brühe erstellen aus, alle Gewürze, Karotte, Lauch, Sellerie, Zwiebel mit Schale, Knoblauchzehe und einem Liter Wasser. Zum Kochen bringen und die Zunge für ca. 90 Minuten simmern lassen. Die Zunge ist gar, wenn man einen Holzspieß durch die Zunge durchstechen kann. Von der Brühe ca. 3-4 Liter abnehmen und auf halbe Liter einreduzieren. In der Zwischenzeit die blättrig geschnittenen Champignons mit Butter leicht Farbe nehmen lassen. Die Dosentomaten abgießen und fein wiegen. Eine Schwitze aus Mehl und Butter erstellen, mit der obigen Brühe, Madeira, Tomaten mit einer Prise Zucker ablöschen. Die Soße glatt rühren und die Pilze zugeben. Die harte Haut der Zunge abschälen und die Zunge in Scheibchen schneiden, mit der Soße nabieren. Als Beilagen eignen sich Kartoffelkroketten, Pommes frites, Kartoffelbrei oder Herzoginkartoffeln, Barget oder ein Fertigprodukt vom Bäcker. Diese Varianten gibt es Kalbszunge in Madeira-Soße, statt eine Rinderzunge 2-3 Kalbszungen verwenden und dementsprechend die Kochzeit anpassen. Weitere leckere Rezepte rund um eine Zunge. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung 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 Zubereitung